Shalom Khabarim, ich begrüße Sie zu unserem Lehrdienst. Wir lernen zusammen das Neue Testament im Licht der jüdischen Tradition. Unsere Seminare werden online übertragen und wenn ihr teilnehmen wollt, im unteren Teil des Bildes ist der Link. Am Sonntag um 19.30 Uhr lehrt unser Gabi Egerz den Wochenabschnitt. Und am Montag um 19.30 Uhr bin ich dran und wir lernen etwas ganz Besonderes. 22 Buchstaben von Radio Akiva. Am Donnerstag um 17.30 Uhr lernen wir den Wochenabschnitt ganz Besonderes spezifisch im Licht und in der Reflexion des Neuen Testaments. Und um 19.30 Uhr auch am Donnerstag das Johannes-Evangelium. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr vorbeikommt, umso besser. Die Adressen sind auch eingeblendet. Bitte besucht uns in Berlin und in Karlsfeld und bis dahin, Shalom.